so weiter geht heute mit unserem bus simulator und der nächsten router viel haben wir nicht mehr abzuarbeiten dann haben wir nämlich demnächst kommen neue brüste kaufen so was haben wir denn heute verruten und zwar haben wir gestern die runde 7 gefahren die fahren wir jetzt als nächstes rote 9 und wieder wenn wir mit unserer m1 unterwegs sein und es regnet hier eben so fangen wir zurück zu den ersten startpunkt dann ist regatta und jenny so heißt es aufpassen dass es da ist wenn ich rechts auf ein auto überholen da muss ich rüber ziehen nicht aber gleich so bleibt doch stehen dass du jetzt quasi mehr weniger ja ich weiß rechts abbiegen bedeutet automatisch vorfahrt und das ist das blöde weil dadurch das haben wir quasi jetzt binne weniger auf der rechten spur die vorfahrt genommen hat wir haben jetzt etwa 200 4.000 380 kostet ja also ich habe zwei zahltage noch gekriegelt so ewig gelb das der rote ich habe doch keine rote ampel überfahren aber den war es denn jetzt gerade das wenn man inzwischen mal leckt. So, vielleicht laden. So, die Kontrolle nicht beiladen. Die helft aber davon. So, normale Verkasse, einfache Verkasse, Verkasse, Verkasse. Junioren-Tickets einfach auf der Kasse. Wenn man durchgeht. So, jetzt habe ich alles so direkt hier vorne. Oh nein. So, normale Verkasse, einfache Verkasse. Hast du das Spiel gestern gesehen? Die Copperfoot Craps haben die Oakwood Lobster in ein Rad zu voll platt gemacht. Danke. So, gleichfalls zurück. Verlassen. So, auf geht's. So, auf geht's. So, auf geht's. So, auf geht's. Moment warten. Weil, da ist tatsächlich eine rote Ampel. Schluck vom Heim. Trink, trink, trink. Na komm. So, ich mag diesen Bus ja tatsächlich sehr, sehr gerne, aber man merkt es glaube ich kaum. So, das ist ja. Wie den und dem Erzähl ist gerne fahreligenden Gelenkbus, komm ich mal nicht so kurz. Klar. Aber lieber. So, klingt gut. Und Mö. So. So, anfangen wir jetzt mit dem Packer haben wir den längsten der Packer. ich brauche eine fahrkarte so 3.20 Uhr zurück so, da war irgendwer eingeschlafen, ich guck mal, wo der ist au, nice man hier, bitte nicht, dass ich das irgendwelche Lücken gönnen würde noch einer da sind dann die Leute, die sich schön hinten durch die Tür drücken naja, ich möchte eigentlich den Kerl hier das mag ich, wenn man hier klar, hier, bitte hier kann man sich zu ja, fertig ich habe schon mehrmals gesagt gehabt aber wie gesagt, es gibt ja immer Leute, die noch dazukommen das macht der automatisch so ok ähm ja, wie gesagt, das ist tatsächlich klar, Schwarzfahrer, die kontinuierst sind finde ich, die Kontrollstücke nicht natürlich, die Leute steigen ein vorne und checken natürlich äh die zeigen ihre Fahrkarte vor und wenn sie versuche, sie zu gehen dann halte ich die auch, dann weiß ich äh, Moment wo soll der Rollstuhlfahrer oder was auch immer oder manchmal habe ich ja jetzt in der Woche habe ich schon mal wieder der gleichen Routinier da mit dem Rollator gehabt äh da fangen ja nicht viele ein aber wenn ihr da gerade zum Beispiel nach Leipzig auch so tschüss, ich möchte es zu. Da habe ich zu. Mach mal die Mucke da leiser. Jut jetzt hier. So. Ja, schön. Ja. Füll den Balken. Hey. Ich habe gescheitert. So. Äh, eine Tageskarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Danke. Einmal durchgehen. Senore-Ticket einfach im Fackhatt, das wir filmen. Dann könnte Roxy gleich abliegen. So. Nächste alte Stelle ist da die Sierra Street. Also es ist Sierra. Und es heißt Sierra. Aber ihr seht es hier unten. Und es sind ja die Damen der Graben. Also ich hoffe das Spiel kommt genauso gut an wie bei mir jetzt zum Beispiel. Ich mag es sehr gerne. Es ist zwar jetzt grafisch nicht. Es ist grafisch nicht das Beste. Aber. Und. Da gerade. Da sind 13. Ich guck gerade. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier zählen muss. Wer geht? Gib mir Geld! 72.000. So. Ab fast 73.000. Der Rollverfahrer will raus. Zeig mal. Jetzt noch raus. So. Fahrkarte. So. Äh. So. Wo eine Karte? Wo eine Karte? Wo meine Karte? Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Wo eine Karte? Wo? Wo? gut hatte verlaufen weiter geht also das ist automatisch ja gut ja gut Ehhh... Aber... So war es ein Arscher. Es geht mal, es geht hier. Ja! Er... Woh! Hör zu? Woh! Woh! Wo ist denn da jetzt das Problem? Ich bin ja eine Krankenschwester, aber freundlich. Scheißraben verreißte. Ah, nicht klar. Gut, okay, dann weiß ich wohl das Problem nicht. Dann kannst du das eben nicht fahren. Das hat natürlich jetzt extrem viel Zeit gekostet, aber... Die Nordmall! Dann wollen wir natürlich wieder einige aussteigen jetzt. Dann geht's glaube ich zum Termine. Ja, jetzt geht es mir klar. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Ja. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja, das ist klar. Danke. Normale Fahrkarte. Wochenkarte. Die Route fahren wir noch, wenn wir noch mal können. Ich habe hier vergessen, ich habe gerade die Zeitbeziehstoffe. Nachher Kölzer Terminal ist das nächste, dann bin ich jetzt nämlich wieder auf der Tour. Blöde Ampel, ne? Die braucht aber ewig, bis sie sich auf rot ist. Also die brauchen ewig, bis sie auf rot ist. Und dann, sobald ich kurz mal ein Stückchen was von meinem Getränk nehme. Ja, das ist schon mal. Ist sie grün. Late? Ja. Das wird halt. Und so weiter steckt die hinten aus. Hier sind Säcke auch nicht hinten ein, oder? Hi. Hallo. So, weg da. Keiner. Ja. Das ist gut. So. Nächster Halt. Highlander Park Church. Genau, Highlander Park Church ist wieder zur Haltestelle. Da ist eine Route, dann machen wir mal einen kleinen Break. Ja, der Fahrgast muss auch steigen. Es ist interessant, dass ich mich bei den Feuchten war. Das war's, dass wir heute haben. Bitte alle aussteigen. So, too late. Das war's. Ich würde ja gern mal hier rauf wandern. Aber mit dem Bus ist es so komfortabel. Ja. Gut. In der nächsten Folge fahren wir noch weiter. Oh, ja. Fünf Sterne. Rund 6.09. Drei, fünf Prozent dieser Route. Und der nächsten Folge. Route weiter. Highlander Park Church. Wir haben jetzt Route 9. Das wäre dann die Route 10. Das ist diese Highlander Park Route. Vielleicht kann ich die mal löschen hier. Weil die brauchen wir nämlich nicht eigentlich. Das ist die selbe Route eigentlich. Ich riskier's jetzt erstmal nicht. Ähm. Die werden wir dann fahren. In der nächsten... In der nächsten... In der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin.